wie man diese zwei geilen Teile miteinander verbinden kann. Hallo Leute, hier ist der Chris von Beyond the Black und ihr seht schon, hier liegt verdammt die geile Scheiß rum. Nicht nur mega geile Kabel aus dem Hause Cordial, sondern natürlich dieses Baby hier, der Engel Savage, 120 Mark 2. Das Ding haut ich einfach weg. Dazu die passende 212er V30 von Engel. Freue ich mich tierisch über das Teil, wir werden es dann später hören. Das ist sozusagen ein Best of German Technology, was wir hier heute vor uns haben. Der Camper, das grüne Profile. Und als Sie haben das Profile erfunden, man sagt ja immer, ich habe einen Camper, brauche ich keinen echten Amp mehr. Oder ich bin Tourist, ich will nur Amp. Hör auf mit dem digitalen Scheiß. Nee, 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 Hybrid, das ist es jetzt eigentlich. Das ist auch das, was ich live schon lange genutzt habe. Und wie ich diese zwei Wunder zusammenbringe, natürlich mit den richtigen Verbindungen, das sehen wir in diesem Video. Kommen wir zur Variante 1, dem Klassiker, wie ich es nennen würde. Wir haben schon so einen Camper, dann packt es uns und im Musikhaus unseres Vertrauens. Ja, da kommt zum Beispiel so ein Savage angehüpfelt und ihr verliebt euch in diesen Wahnsinns-Röhren-Sound, in diese echte Gewalt von einem Amp. Und ihr sagt, ja, verkaufen wir den Camper ja auch nicht. So, das heißt, wir benutzen diesen Camper als reines Effektgerät erstmal nur. Das bedeutet Delay, Reverb, Chorus. Und da kommt natürlich jetzt auch cordial ins Spiel, denn um den Sound richtig zusammenzusetzen zwischen diesen beiden Geräten, da braucht es natürlich geile Kabel und die hat Keul. So, die zwei Kabel jetzt reinstecken, das haben wir gut hingekriegt. Ich denke, das schafft ihr auch. Es sollte keine große Sache sein. Ihr müsst vorab natürlich dann mit Engel und Camper miteinander kommunizieren können, sagen, welchen MIDI-Kanal ihr denn dem Engel gegeben habt. Ich habe Ihnen jetzt hier die Nummer 1 gegeben. Wie das eingestellt werden kann, findet ihr in der Engel-Bedienungsanleitung. Ich habe dann zum Beispiel meinem Lead-Sound die Nummer 1 gegeben, hier die Nummer 2, die Nummer 3. Wenn ich den Sound vorher unten angewählt habe, dann auf Right drücke, dann weiß der Engel das. Und da wir hoffentlich alles richtig verkabelt haben, schauen wir mal, ich habe ihn auf den Tuner gesettet, genau, dann blinkt hier auch schon alles, aber es kommt noch kein Sound. Wenn ich jetzt aber auf die 2 drücke, dann... Dann geht was. Und wenn wir jetzt switchen, dann haben wir hoffentlich auch ein bisschen... Clean-Sound oder natürlich... Ein bisschen Lead-Sound. Sensationell. Tatsächlich eine sehr einfache Art und Weise, wie gesagt, die beiden schnell zueinander finden zu lassen. Bei der Variante 2 muss ich ein bisschen mehr verkabeln. Ich muss ein bisschen mehr nachdenken, was ich tue. Was ich allerdings für Vorteile hätte, das erfahrt ihr jetzt. So, ein Kabel mehr und so viel Veränderung. Wir gehen mit der Gitarre in den Camper. Vom Camper schleifen wir direkt durch in den Amp. Und dann beginnt eigentlich das, was wir vorhin gemacht haben. Wir trennen Vorstufe von der Endstufe, schicken die Vorstufe durch den Effektweg des Campers und schicken sie dann wieder zurück in die Endstufe, damit wir hinten schön Bombs hinten aus der Box rausbekommen. Der Vorteil dieses Systems ist, dass ich tatsächlich den Camper jetzt auch als Boxensimulation nehmen kann. Denn ich kann jetzt diese Stack-Area anmachen und kann diese Cap-Simulation anmachen, stecke mich hier hinten drauf und bekomme jetzt ein Signal, ohne dass ich abmikrofonieren muss. Zum anderen aber habe ich so auch die Möglichkeit, eben über den Amp-Modus zu sagen, irgendwie brauche ich hier was ganz Spezielles. Ich brauche zum Beispiel so einen coolen Akustik-Profile-Sound. Oder ich möchte als Backup immer noch zusätzlich mein Profile meines Engels haben. Denn falls mit meinem Schätzchen irgendwas passiert auf Tour und der nicht geht, möchte ich natürlich nicht mit irgendeinem X-Beliebing-Sound spielen, sondern nein, ich will das Setup, das ich hier auch habe. Und das kann ich natürlich machen, indem ich mir zum Beispiel in Verbindung mit dem Engel-Cap-Loader zum Beispiel meine Profiles in den Camper rein spiele, so wie mir sie gefallen. Denn da gibt es natürlich auch diese wunderbare V30, wie sie hier hinten ist. Lade es mir hier rein und sollte hier was passieren, ein Knopfdruck, Amp an, abspeichern, danach könnt ihr weiterspielen. Das ist alles wie vorher. Ihr habt halt dann nur sozusagen den gefakten Engel-Sound und alles bleibt gleich. Und dann habe ich hoffentlich, wenn ich dann auf zum Beispiel meine 2 meinen Rhythmus-Sound drücke, diesen Sound oder ein bisschen clean. Natürlich schauen wir mal, was der Lied-Sound so macht. So, was bleibt mir jetzt noch zum Schluss zum Sagen als Resümee, als Fazit? Ja, ich habe euch zwei wunderbare Varianten vorgestellt, wie man diese zwei geilen Teile miteinander verbinden kann. Egal für welche ihr euch entscheidet, eins ist natürlich wichtig. Die Kabel sind es letztendlich, die das Ganze verbinden. Und da kann ich euch die Sachen von Cordial nur wärmstens ans Herz legen. Cordial hat einfach verdammt viel hochqualitative und geile Sachen am Start. Das muss nicht immer die Pro-Line von ihnen sein, auch die Einsteigerkabel. Die können so viel verdammt Geiles für euch tun. Also guckt mal auf ihre Homepage, was denn da alles überhaupt möglich ist von Cordial. Aber was ich euch auch nur empfehlen kann, schaut mal bei ihrer Instagram-Seite vorbei. Denn was die da tatsächlich an Wissens-Content raushauen, das ist für mich das Galileo, das Wissens über Kabel und warum eben das richtige Kabel für die richtige Anwendung so wichtig ist. Und ja, wenn ihr denn eh schon dabei seid, ein bisschen im Internet rumzusuchen und euch auf Seiten zu verewigen als Follower, schaut bei mir doch auch mal rein. Guckt mal auf Instagram, Facebook oder auch auf Twitch. Lasst ein Follow da. Und wenn ihr Fragen habt, bin ich da für euch auch am einfachsten zu erreichen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß natürlich mit dem Nachbauen, mit dem Verkabeln, Einstellen und Spaß haben am Sound und an den Möglichkeiten, die ihr nun habt. Wenn man sich dann hoffentlich auch bald wieder auf der Gühne sieht, freue ich mich natürlich. Kommt vorbei auf Tour mit Beyond the Black oder Serenity. Und bis dahin, bleibt gesund und alles Gute. Ich freue mich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020